Seid gegrüßt meine Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Let's Go zu Forza Horizon 5. Und wir schauen uns heute einzelne Biome im Detail an, insbesondere was diese auszeichnet und was der Fokus gewesen ist bei der Kreation dieser einzelnen Areale auf der Map in Mexiko. Doch bevor wir gleich zu den Details kommen, werfen wir noch einen ganz kurzen Blick auf das Serie 38 Update in Forza Horizon 4. Denn auch dort gibt es ja die nächsten vier Wochen wieder erneut die Möglichkeit Inhalte freizuschalten, die exklusiv sind. Allerdings eben keine neuen Fahrzeuge und neuen Gameplay Inhalte, sondern eben Altbekanntes, was jetzt wieder zurückkehrt und für einige von euch sicherlich interessant ist, die vielleicht in der Vergangenheit etwas mal verpasst haben oder auch dort noch gar nicht angefangen haben Forza Horizon 4 zu spielen. Das werde ich euch jetzt hier im Hintergrund einblenden und während das jetzt hier durchläuft, nehme ich schon mal vorweg, für alle, die sich eben gerne überraschen lassen wollen zu Forza Horizon 5 und die Biome noch gar nicht im Detail jetzt hier schon sehen wollen, also die nicht gespoilert werden wollen durch das Video, ich werde unten hier im Video, ihr werdet es auch sehen, eine Zeitleiste einblenden, auf der ihr einfach die einzelnen Details zu den Biomen überspringen könnt und dann zum Beispiel zum Q&A kommen. Also dort werde ich dann keine Details zu den Biomen mehr vorstellen, sondern nur noch auf die Fragen eingehen und dort im Hintergrund eben kein Gameplay Material zeigen. Wer sich also hier nichts spoilern lassen möchte, der kann natürlich einfach dann direkt skippen diesen Teil und wird dann auch nichts weiter sehen zu Forza Horizon 5. Somit also schon mal für jeden die Möglichkeit, trotzdem auf dem neuesten Stand für das Spiel zu bleiben, denke ich, ist eine faire Lösung für alle an der Stelle. So und damit springen wir jetzt mal zu den Biomen in Forza Horizon 5 und insgesamt drei wurden vorgestellt. Einmal der Sumpf oder das Sumpfgebiet, dann der Dschungel, der ja quasi direkt daran angrenzt und dann der Grand Caldera Vulkan. Also ja, der höchste Punkt auf je einer, auf allen Forza Horizon Maps und darüber hinaus eben ja auch ein sehr, sehr großes Vulkangebiet, was man dort sehen konnte. Wir starten aber zunächst mal mit dem Sumpfgebiet. Und starten wir dort einmal mit dem ganz offensichtlichen, was zeichnet ein Sumpfgebiet natürlich in erster Stelle aus? Natürlich matschiger Untergrund und vor allem große Wassermassen. Und die werdet ihr auch in Forza Horizon 5 erleben. Es wird sehr, sehr viele kleine, ich sag mal, Tümpel geben. Allerdings nicht im dreckigen Sinn gemeint, sondern das Ganze sieht schon sehr schön und lagunenartig aus. Klares blaues Wasser, was dort zu durchfahren ist. Übrigens, Thema Wasserdurchfahren. Ihr könnt mit jedem Fahrzeug im Spiel durch die Wassermassen hindurchkommen. Es wird also keine Einschränkung geben, dass ihr nur mit bestimmten Fahrzeugen, also beispielsweise besonders geländefähigen Fahrzeugen mit hoher Bodengrundfreiheit durch die Wassermassen durchfahren könnt. Sondern ihr werdet auch mit einem absolut tief gelegten Straßenfahrzeug durch die Wassermassen durchkommen. Allerdings wird es eben Unterschiede geben. Ich denke, so weit ist das logisch, wie schnell und manövrierfähig ihr dort im Wasser seid. Und das hängt natürlich dann wieder von der Offroad-Fähigkeit eines Fahrzeugs ab. Gerade im Online-Spielebereich, wo es eben zum Beispiel darauf ankommt, schnell vor einem Gegner im Eliminator-Modus zu fliehen. Oder bei Online-Rennen werdet ihr natürlich dann bevorzugt auf Offroad-fähige Fahrzeuge in solchen Bereichen setzen wollen. Aber noch ein paar weitere Details zum Sumpfgebiet. Man sieht schon, die Lagunen, die sehen schon sehr schön aus. Und das war auch das Motto, dass man hier einfangen wollte. Man wollte für ein Forza Horizon-Spiel natürlich wieder die Schönheit des Landes einfangen. Und hat deswegen Referenzgebiete, die zum Beispiel so ein typisch schlammiges, dreckiges Sumpfgebiet darstellen würden, eher außen vor gelassen. Man wollte eben die schöne Seite des Sumpfes zeigen. Also einen Sumpf, wie er im Stream genannt wurde, zu dem man eben gerne hinfährt und ihn nicht meiden möchte. Also euer Fahrzeug, natürlich wird es dreckig werden, wenn ihr über die verschiedenen Bodenuntergründe heizt. Aber die Wassergebiete sind eben alle sehr hellblau, lagunenartig, sehr schön klar. Und das ist, denke ich, trotzdem ein super schön gelungenes Sumpfgebiet. Übrigens, um das Sumpfgebiet auf der Map ein klein wenig einzuordnen. Ihr seht ja bereits im Gameplay-Material links unten in der Minimap so ein klein wenig, wie die Straßen dort aufgebaut sind. Selbstverständlich besteht das Sumpfgebiet größtenteils aus Offroad-Bereichen. Allerdings gibt es auch ein paar fest asphaltierte Straßen, die ihr sehen könnt. Aber damit ihr so ein klein wenig wisst, wo liegt eigentlich der Sumpf? Er ist als Verbindungsstück zwischen dem Dschungel und der tropischen Küste angesiedelt. Und das Ganze liegt im Südosten der Map in Forza Horizon 5. Einen kleinen Hinweis gab es sogar noch zu den W-Tieren, die uns dort begegnen werden. Zumindest im Sumpfgebiet, aber das grenzt ja auch direkt an den Dschungel an, gab es einen wilden Hund zu sehen. Also das zumindest mal ein Hinweis, was an Wildtieren dort umherlaufen wird. Es wurde ja auch gesagt, es wird auch Esel und Schafe und so weiter im Spiel geben. Aber das Einzige, was man eben dort in dem Gebiet wirklich wahrnehmen konnte auf den Straßen, das war ein wilder Hund gewesen. Kommen wir als nächstes zum Dschungelgebiet, das unmittelbar angrenzt. Und natürlich starten wir auch hier erstmal mit den offensichtlichen Eigenschaften. Der Dschungel zeichnet sich aus durch eine unglaublich dichte Vegetation. Vor allem auch sehr viel Laub am Boden, das ihr durchfahren könnt, das sich zerstören lässt und dynamisch bewegt mit dem hindurchfahrenden Fahrzeug. Allerdings gibt es eben auch eine Szenerie, die hier eingefangen wurde. Und das ist der Fokus, auf den das Entwicklerteam hier besonders geachtet hat. Man wollte eben nicht nur eine dichte Vegetation haben, sondern man wollte auch eine Szenerie einfangen, die den Spieler durch Immersion einfach tief in den Dschungel hineinzieht. Und das ist meines Erachtens nach wirklich toll gelungen. Zumindest an den Gameplay-Inhalten, die wir im Trailer gesehen haben, wurde sehr deutlich, dass es gut gelungen ist, gerade das Licht- und Schattenspiel in Verbindung mit dem stehenden Nebel im Dschungel gut einzufangen. Klar, typisch Dschungel, es ist sehr feucht. Es ist einfach ein auf sehr kurze Sicht beschränktes Gebiet. Und man sieht einfach auch diese spannenden Lichtverhältnisse, diese intensiven Lichter, die durch die Sonne zwischen den Baumwipfeln hereinbrechen. Und gerade, wenn man hier durch das dichte Vegetationsumfeld hindurch brettert, wird man immer wieder diesen starken Kontrast zwischen Licht und Schatten haben. Und das zieht den Spieler förmlich noch tiefer in das mysteriöse Dschungelumfeld hinein. Das ist wirklich super gelungen. Man sieht auch nochmal hier aus dem Gameplay-Material den Detailgrad, der sich deutlich nochmal gegenüber Forza Horizon 4 abhebt. Besonders, wenn ihr auf den Boden achtet, werdet ihr hier sehen, hier wurde sehr, sehr viel Detailarbeit reingesteckt. Das ist ein sehr, sehr dichter Boden, der auch sehr lebhaft aussieht. Und genau das wollte man auch mit dem Dschungel erzielen. Also ein sehr lebhaftes Umfeld, in dem man sich immer wieder spannungsgeladen wiederfindet. Es ist eben kein langweiliges Gebiet, durch das man einfach so hindurch brettert, sondern es lädt eben auch einen zum Staunen und zum Erleben. Und das bringt uns auch direkt zu einer mysteriösen Stätte, die mitten im Dschungel liegt. Denn, soweit ich aus dem Stream sehen konnte, ist man vielleicht nicht ganz geplant durch diese kleine Ruinenstadt gefahren, die sich Ekbalam nennt. Das ist eine Maya-Ruinenstätte, eine Siedlung, die zurückgeht auf den Jahresbereich zwischen 100 und 300 nach Christus und ihre Blütezeit so zwischen 700 und 1000 nach Christus hatte. Also über 1000 Jahre alte Gemäuer, die dort stehen. Also mittlerweile natürlich größtenteils noch Ruinen, aber natürlich eines der Kulturdenkmäler Mexikos. Und das ist eines der Gebiete, das wir dort entdecken dürfen. Mitten im Dschungel gelegen, also sicherlich eine sehr, sehr spannende Stätte. Ihr seht, das Ganze ist auch etwas umfangreicher, also nicht einfach nur ein kleiner Ausschnitt dieser Siedlung, sondern man hat hier große Teile. Es wurde im Stream gesagt, es basiert auf Ekbalam, also vielleicht nicht unbedingt eins zu eins nachgebildet, aber soweit man sehen konnte, die Gebäude, die dort nachgebildet wurden, die sind sehr, sehr detailgetreu umgesetzt worden und es ist doch deutlich größer, als man vielleicht auf den ersten Blick vermuten mag. Nicht einfach nur ein einzelnes Gebäude, sondern es ist eben fast die ganze Siedlung, so wie ich mal vermute, die man dort sehen kann. Also hier ein kleiner Sneak Peek auf ein paar weitere Details, die sich im Dschungel entdecken lassen. Kommen wir abschließend noch zum dritten Biom und das ist der Grand Caldera Vulkan. Übrigens der höchste Punkt auf dem Vulkan, der je in Horizon Maps existierte. Von dort oben, aus diesem relativ mittigen Standpunkt heraus, könnt ihr über alle Bereiche der Map hinweg schauen. Es ist daher eben auch ein sehr guter Orientierungspunkt, wenn ihr euch ein wenig noch zurechtfinden müsst auf der mexikanischen Karte. Abgesehen davon ist es aber auch ein Gebiet, das sich deutlich unterscheiden wird, je nach Jahreszeit, denn gerade im Winter liegt dort oben auch Schnee. Nicht zwangsläufig auf der Straße. Dort wird es nur teilweise Schneeverwehungen geben, so nenne ich sie jetzt mal, also nur kleine, mal bereichsweise Schneestellen, durch die ihr hindurchfahren müsst. Je weiter ihr nach oben fahrt, desto mehr Schnee wird dort auch auf der Straße liegen und im Sommer noch ein schönes Detail, das euch dann besonders auffällt. Je weiter ihr auf der asphaltierten Seite des Bergpasses nach oben auf den Vulkan fahrt, desto schlechter wird die Straße werden. Also desto weniger asphaltiert wird sie, desto mehr Risse wird die Straße bekommen. Einfach ein sehr, sehr schönes Detail. Übrigens, wo wir gerade bei der asphaltierten Seite waren, es gibt auch eine Offroad-Seite und zwar wird es einen Aufstieg geben, je nachdem, wie ihr jetzt gerade fahrt, der asphaltiert ist zum Vulkan und eben einen Abstieg, der eben im Offroad-Stil gehalten ist. Also für beide Spielertypen, sage ich jetzt mal, ist etwas dabei. Beide werden ausladende Driftzonen haben, also das, was man sich von so einem engen Bergpass wünscht, ist natürlich auch gegeben. Und ihr werdet als Highlight oben auf dem Vulkan einen kleinen, zugefrorenen See im Winter entdecken können. Um euch zum Abschluss von diesem Biom aber auch nochmal einen kleinen Eindruck zu liefern, wie weit ihr wirklich auf die Map schauen könnt, hier nochmal ein kurzer Screenshot aus dem Stream, wo ihr einfach sehen könnt, dort unten lässt sich ein klein wenig das Festival erkennen, ihr könnt aber bis zur Küste hinaus schauen, ihr seht die gesamte Küstenlandschaft entlang bis zum Ende der Map, also ein riesiges Gebiet, das sich dadurch vom Vulkan aus überblicken lässt. Wir kommen nun zum Abschluss und zwar dem Q&A-Bereich, also ausgewählten Fragen und deren Beantwortung aus der Community und ab jetzt werde ich im Hintergrund eben keine Gameplay-Inhalte mehr zeigen, also wer jetzt nicht gespoilert werden wollte und hier zu diesem Punkt gesprungen ist, wird ab jetzt nur noch den offiziellen E3-Trailer zu Forza Horizon 5 sehen, der ja hinlänglich bekannt sein sollte. Es wurden die Fragen gestellt, wie zum Beispiel, wann werden wir die komplette Map von Mexiko einmal sehen dürfen. Die Beantwortung liegt auf der Hand, bereits im nächsten Episodenteil 5 werden wir die gesamte Map sehen, so wurde es zumindest angekündigt, also scheint sich der nächste Episodenteil nicht um weitere einzelne Biome zu drehen, sondern vor allem um die gesamte Map, denn ich denke nicht, dass man dann alle anderen, was verbleibt noch 7 oder 8 Biome vorstellen kann, in ungefähr einer halben, maximal einer Stunde, wenn man jetzt für 3 Biome etwa 30 Minuten gebraucht hat. Also wir werden dann im nächsten Teil einmal die gesamte Map sehen, das bedeutet, man wird auch sehen, wie der Highway verläuft, man wird Details sehen, wo sich genau die Rennstrecke zum Festival befindet, wo Drag Races möglich sind und wo sich einzelne Areale zueinander abgrenzen werden. Sehr, sehr spannend, das Ganze übrigens schon in 2 Wochen, denn dann wird der nächste Episodenteil vorgestellt. Dann wurde die Frage gestellt, wie wird es sich mit den Saisonwechseln verhalten? Ja, auch hier ähnlich zu Forza Horizon 4, es wird im Wochenwechsel an einem festgelegten Tag zu einem festgelegten Tageszeitpunkt einen Saisonwechsel geben, natürlich werden sie aber die Jahreszeiten von dem, was ihr aus Forza Horizon 4 kennt, deutlich unterscheiden und eben typisch mexikanische Wetterverhältnisse widerspiegeln. Dann wurde noch die Frage gestellt, die ich übrigens auch sehr gelungen finde, wie ist das Verhältnis zwischen Asphalt- und Offroad-Bereichen auf der Map? Es gibt ja immer Spielertypen, die eher Offroad und andere, die eher Onroad, also Asphaltbereiche, bevorzugen. Und auch hier wurde nochmal klargestellt, dass es in etwa sich die Waage halten wird. Also ähnlich wie auch bereits in vorangegangenen Forza Horizon-Teilen, man hat jetzt hier nicht einen Fokus auf speziell Offroad oder Onroad gelegt. Es wird für beide Spielertypen und auch den dritten Spielertyp, der beides super findet im Prinzip und den vierten, der gar nichts soll findet, alles geben. Also ihr könnt querbeet fahren, ihr könnt über Offroad-Straßen fahren, ihr könnt im Prinzip nur auf asphaltierten Straßen unterwegs sein und ihr werdet natürlich beides machen können, wie euch beliebt. Die Freiheit ist natürlich gegeben und es ist so, dass insgesamt die Map ja rund 50% größer wird. Also für alle Spielertypen wird von allem einfach noch mehr da sein. Ja, das erstmal die ganzen Infos aus Episode 4. Ich glaube, da ist eine ganze Menge dabei gewesen. Ich bedanke mich vielmals bei dir fürs Zusehen. Ich hoffe, du hast den Kanal schon abonniert und natürlich auch die Glocke aktiviert, dass du auch das nächste Video bereits in spätestens zwei Wochen zu Episode 5 nicht verpassen wirst. Und ich bedanke mich natürlich an der Stelle vor allem auch bei allen aktiven Kanal-Supportern und freue mich, euch bald wiedersehen zu dürfen. Übrigens an der Stelle nochmal der Hinweis, wer den alten Teil Episode 3, Episode 2 und 1 noch nicht gesehen hat, ich werde es auch nochmal in die Infobox jetzt hier an der Stelle packen. Ich bedanke mich, wünsche euch viel Spaß nun beim Zocken, bleibt gesund und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.